Ich bin die Nathalie. Ich studiere Gesundheitsmanagement in Kombination mit dem Number One Sun & Beauty als duales Studium und ich habe mich für das duale Studium entschieden, weil es für mich die perfekte Kombination aus Praxis ist und Theorie. Das heißt, ich kann sowohl auch direkt vor Ort im Studio den Kundenumgang lernen als auch das Theoretische, alles was dazugehört rund um Medizin und Management und Marketing. Ja, war für mich immer sehr hilfsreich, dass ich direkt das, was ich gelernt habe in der Theorie anwenden konnte an den Kunden direkt vor Ort und hilft mir dann denke ich auch später mal dann in meiner beruflichen Laufbahn. Das Number One ist der perfekte Ort, um das zu machen für mich, weil das Team super ist. Ich freue mich immer auf die Arbeit zu kommen und kriege auch noch hier im Studio selbst viel Hilfreiches dazu, was ich dann auch später dann auf die Theorie anwenden kann und für mich ist es einfach ein guter Austausch aus Theorie und Praxis. Musik